Oh, wir haben wieder die Host-Tage. Das haben wir schon länger nicht mehr. Ich habe ja schon gehört, dass Leute, die Geisel spielen sollen, nicht ganz gerade im Kopf sein. Habe ich schon von so einem geilen YouTuber gehört heute. Das kann ich so unterschreiben. Ja, weil Bombe ist ja der einzig wahre Objective Style. Keine Ahnung, was die immer mit Bombe haben, ey. Bombe ist vielmehr irgendwie einfach Glück, weil du sie halt angreifen, wo sie verteidigen, ob das wer wen da zuerst sieht, weil du halt einfach viel zu viel Ungewissheit hast, ja. Also gerade auch für die Verteidiger ist es eigentlich blöd, ne. Ach, hier vor mir der Igel. Und der Gunnar. Hallo. Ich war mein Keller. Ich war da oben. Dann bleibe ich im Eidgeschoss. Wo ist der Witz? Master Bedroom. Und es ist der Keller. Basement. Das Geile ist, wenn wir, wenn wir, ähm... jetzt ist es aber noch ärgerlicher, wenn du rausgerissen wirst. Und in dem Moment muss ich deine Drohne kapert. Meine Drohne lebt noch hinter dem Fass. Äh, ne, jetzt nicht mehr. Und schicke ich halt ne neuer. Links um die Ecke ist einer. Oh, der ist jetzt nicht mehr links. Der ist jetzt auch tot. Ich fühle mich wieder wie so ein Kanickel vorgespielt hast. Wenn ich gesagt habe, renn da hin wie ein Gestörter. Ja, nur geschlichen. Du kennst ihn doch. Ich sag links ist einer, dann rennt er sofort los. Wie so ein Pro League Spieler. Ich hab mir den Kopfkantfallen geklaut. Da hab ich mich zu desorientiert in alle möglichen Richtungen umgedreht. Ja, shit. Ich wollte es beholen, die Geise. Der war geblendet. Der Rampauer, der macht ja auch irgendwelchen Schalt. Was ist da passiert? Wer hat denn da noch einen? Ich melde unsere eigenen, also den Rampauer, den melde ich mal. Okay. Der hat vorhin ganz komische Kills gegen... Also ich mein, die sind unsere eigenen, ne? Meinst du jetzt die beiden mit Cavera und Dingsbums oder was? Ja, die waren sehr sehr merkwürdig. Naja, ich mein, er hat Cavera gesehen, die nach links läuft. Dann ist er zur Tür gerannt. Und dann ist ihm einer reingelaufen, mehr oder weniger. Da hat er technopanisch abgedrückt. Und dann kam Cavera zurückgelaufen, auch in die Tür. Also ich weiß nicht, ich fahre jetzt nicht zwingend... Wo sind wir eigentlich? Klavierzimmer. Also es war jetzt nicht zwingend komisch. War vielleicht bloß Glück. Weil die beiden sind ihm halt schon sehr gut reingelaufen, ne? Ja, aber bei Cavera sah das bei mir aus, hätte er die gar nicht getroffen. Ja gut, weiß ich nicht, ja. Weißt ja, wie die Qualität der Replace manchmal ist, ne? Perfekt. Aber... Ja, vielleicht. Im Zweifel für den Angeklappen. Zumindest, wenn er bei uns ist. Unser Geisel muss weinen, weil wir Drohnen zerschießen. Ist auch hart. Weil unsere Drohne spielen liebsten mit Geisel, genau. Unsere Geisel spielen liebsten mit Drohnen. 5 Sekunden left. Nur der Wand, ich weiß nicht, wohin damit. Ich hab Gas und weiß nicht, wohin damit. Ich hab Gas und weiß nicht, wohin damit. Die ist ja voll was hier oben. Hier ist ne Twitch Drohne hier vorne. Die ist ne Twitch Drohne hier vorne. natürlich seit wann trifft man bei einem treffer in arm immer dieses angerufe bei der arbeit kann so die arbeiten ok auf dem desktop geworfen kein plan warum ich liebe rein muss ich einfach keller sind sie nicht ich hatte sogar mal neulich von so einem idioten gehört dass der keller hier auf dem net komplett entfernt werden könnte weil da ist da nichts die sind oben und zwar nicht in dem schlafzimmer sondern mit anderen eine drohne verloren der rando der wollte meine drohne kriegen und ich bin jetzt zweimal ausgewichen war zu hart für ihn konnte nicht mal umgehen eine hat er gekriegt ganz verwirrt durch die gegner gelaufen keine ahnung wo der neulich ist ich habe einfach auf die tür geschossen und habe direkt einen gehetshottet ich habe einfach auf die tür geschossen und habe direkt einen gehetshottet wäre lustig kannst du mal rein drohen hinten deiner tür ist einer ok da brauchen wir ja rein drohen links deiner tür ist auch einer ich habe eingedowned das war wohl der ist ja gar nicht die geise so wird es gemacht ich frage mich das auch grad die wollten alle den typen wiederholen den ich gedowned habe da liegen zwei lesion liegt frost liegt auf lesion drauf weil sie den auch holen wollte ja aber das sah ja aus wie das gas symbol und du hast jetzt keinen vergast ne halt bodenzummen keine ahnung warum ne ganz merkwürdig ja jetzt sind wir im keller ne das war etwas nur das falsche symbol und ich habe den kill gekriegt weil aber ich habe ja auch keinen gedowned ich habe mir einen injure assist gekriegt aber vorher mal oh ich bleibe jetzt lieber mal direkt bei der geisel sind vorhin viel zu schnell mit der geisel aus dem raum aus dem gebäude gekommen ja ja fortify the room you need to keep the hostage secure oh ne scheiße ist ja gar nicht der geile raum das ist ja der scheiß raum hier das ist auch so dumm ne die geisel direkt am ausgang ja das ist so behindert ey da musst du schon vorne bleiben wenn der raum dahinter wäre das wäre okay ja wenn der behälter hier vorne wäre das wäre schon schlimm genug aber das könnte man auch irgendwie aber die geisel hier ist echt das dümmste was wir haben können uns weiter Ufff, die Kuna. Das war's für heute. hier vorne kommt was und da kommt monty wo ist monty hier hier er steht in der ecke er steht hier in der ecke ich kann nichts machen oder gleich kommt da scheiße ist keiner von hinten in dem moment da kommt noch eine trappe und ich konnte nichts machen monty ist im raum hat sie viel auf scheiße geschehen alter der ist wieder erschossen ich dachte er sich wieder gemessen hat den anderen penner noch gekriegt eine halbe sekunde mehr da hätte ich mich umorientieren können richtig auf das willst du machen wenn die so ein niegel mitschleifen mussten das ist halt das kann man nicht kompensieren ich denke ich gehe mal rüber und gehe mal eine vollfahrhilfe mit monty aber kommt einer von hinten in der sekunde ist so abartig als wenn ich immer genau wissen wann du dich umdreht und wohin läufst hier hier ist Need to recover the heartache. Also im Erdgeschoss sind sie nicht. Maße Weflug auch nicht. Weißt du, wir flugen nicht, sie sind im Keller auf. Clash-Hartierung. Ja ja, das ist Keller, oder? best ok du da rein ein strom immer klisch habe sie aber das hat ja geil funktioniert legen frost fallen ich trommel rein rechts an der ecke wollte einer gucken wo er macht hier auf rechts und soll auch zu lassen da miras hinten durch vorne rechts ist keinem raum selber ist keiner kommt aber einer an dem lochkontakt mann hier passen hinter dir die wand auf der jose miras hinten durch mirand kann ich gehe nein jetzt losgelassen warum ich weiß nicht warum der die türen aufmacht der idiot und ich wollte gerade klären einsteller am frost da raus macht mich weg genau in dem moment wie immer das macht die tür offen rennt weg ja das ist sowieso die geilsten du hast noch anderthalb minuten ist mir jetzt genug zeit nicht pingen nicht pingen wartet mich immer noch dahin seht ihr noch die drohne warte ja die ist jetzt auf die ist jetzt zu dem anderen allerdings gelaufen moment ist sie nicht in deinem sichtfeld die geisel nicht genommen hat er so eine scheiße noch andere nice sehr gut gott sei dank ja zum glück hatte ich noch ein bisschen zeit guck mal noch ein bisschen was das regt mich jetzt mal auf dieser thurman der vollhorn der vollhochse ehrlich das hätte man viel leichter gewinnen können noch ohja können wir noch reporten hier jetzt habe ich ja die zeit für sowas ja das ist so dämlich ey oh es hat sogar für MVP gereicht ich habe den Ochsen noch überholt um 100 Punkte das ist doch die richtige so will ich das hören jetzt 15% drehen wir mal ne natürlich nicht mit 2% leider auch nicht ziemlich weit weg oh ja 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 Untertitelung des ZDF, 2020